Die kam auch, wow, holy fuck, User-Voting sagt das auch, alright. Ich kenn den Typen nicht, wie gesagt, ähm, ich bin gespannt, was er für den Style fährt. Let's go. Was steht der Hintergrund, weiß das einer, kann einer Russisch? Was steht der Hintergrund, Freunde? Kann das einer übersetzen auf schnelle Welle, auf Russen-Style? Oder habe ich hier gerade niemanden, der Russisch kann? Ach, da steht da Uhrensohn, steht da wirklich Uhrensohn? Oh, da steht wirklich Uhrensohn, okay. Danke für die Russen-Scheid. Oh, ho, 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 der Weihnachtsmann ist da, Leute. Der flowt ja richtig gut, holy shit, seine Stimme viel angenehmer, als ich erwartet habe. Jetzt No Front, ich hab mit einem härteren Akzent gerechnet, der mich abfacken würde auf Dauer. Aber sehr nice. Nice, 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 nice. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. Also jetzt mal real talk, so, wenn er jetzt so ein Hemd anhat, er sieht nicht aus wie jemand, vor dem ich mich fürchten würde, so. Er sieht auch ein bisschen wie Kapital aus, aber das sind, glaube ich, so einfach die Gegebenheiten, die man, die Merkmale, die man im Gesicht hat aus dem osteuropäischen Raum, jetzt. Er ist auf No Racist, einfach auf Facts angelehnt. Und gerade die Augen, die Augen sehen schon, er sieht echt schon ein bisschen aus wie Kapi teilweise. Aber ey, er geht ja krass in die Fresse, man, holy fuck. Und er ist sehr verständlich, was ich schön finde und er flowt sehr, sehr gut. Er hat auch gerade die Pausen im Beat, die rausgeschnitten wurden, was ich liebe, hat er sehr, sehr gut gesetzt, man. Boah, nice, Alter. Nice, nice, nice. Oh, die Ehrenmann. Ehrenmann auch noch, Bruder. Ehrenmann im Herzen auf jeden Fall, ja. Und auch geiler Beat, alter, schöner Beat, simpler Beat. Nice. Deine Freundin will gefickt werden, noch keine Zeit, denn die Puppe wird anscheinend in ihrem Puff ausgefickt. Es ist Sensory, der letzte, der die Hooks niemals singt. Wir marschieren bei dir ein... Der letzte, der die Hooks niemals singt. Damit kann man ihn sehr gut beschreiben. Was ein Ehrenbruder, da haben die Leute sogar Angst zu disliken, alter. Ich kann es nachvollziehen, ich kann es verstehen. Ich fürchte mich auch. Ah, man. Was ich so wirklich angenehm finde, er flowt so verständlich. Man versteht jedes einzelne Wort, auch wenn es mal ein bisschen schneller wird. Klar, es ist jetzt nicht der übelste Kollege Double Triple Time. Aber das hat man heute nicht mehr so oft, dass Leute ein bisschen schneller rappen und man trotzdem noch alles versteht. Gerade, wenn er jetzt Russe ist. Wir haben alles, was du brauchst, aufnehmen. Alles, was du hast. Genau aus diesem Grund verbringen. Brüder, ihre Zeit im Klang. Es sind die Gitterstäbe unten. Ihre Zelle ständig dunkel. Und sie beten nach zu Gott auf Hürden töten für die Kohle. Du hängst immer in der Wur... Boah, Jungs. Du hast ein komisches Geräusch. Deine Tür wird aufgebrochen. Halt an deinen Kopf ein Colt. Und wir werden uns nie ändern, wollen einfach nur plus. Und ich wollte heute nicht trauen, doch ich seh deinen Schmuck. Ey, Real Talk, ich finde der 200er ist der schönste Schein. Der 200er ist der schönste Schein irgendwie. Also jetzt, man würde halt denken, der 500er ist der geilste Schein. Aber das niceste Feeling ist so ein 200er, finde ich. Oder auch einfach von der Optik her. Der 200er ist der schönste Schein, so wenn man von Euro geht, finde ich. Das ist nice. Irgendwie ist schwer zu sagen. Aber der 200er ist der schönste Schein, finde ich. Ich weiß nicht warum, aber da habe ich letztens ein bisschen drüber nachgedacht. Welcher Schein ist der schönste eigentlich? Würdest du einen Poster von ihm? Flo? Ja, ich würde einen Poster von ihm aufhängen. Aber nur, weil er mich schlagen würde, wenn ich keinen hätte. Wirklich, du wirkst hart mit deiner Hollisterjacke. Ein bisschen. Manchmal ja. Manchmal schon. Ich fühle mich manchmal gut mit deiner Hollisterjacke. Es mit Tristan Teokerem, eine Quattroformagi. Hame deiner Mutter vier an, eine Squattroformami. Und das Schildsauge hat nichts zu ficken. Gab es bestimmt schon mal irgendwo diese Zeile, weil es sehr, sehr viele Quattroformagi-Lines gibt, aber trotzdem. Meine Quattroformagi. Hame deiner Mutter vier an, eine Squattroformami. Und das Schildsauge hat nichts zu ficken. Schieb deswegen Trauer. Guck noch einmal meine Freundin an, ich töte dich im Postkampf. Wir marschieren bei dir ein und schlagen alles rein. Deine Freundin will gefickt, wir hatten noch keine Zeit. Denn die Puppe wird anscheinend in ihrem Puff ausgefickt. Das ist Zensory, der letzte, der die Hooks niemals singt. Ich fühl die Hook halt wirklich. Obwohl er nicht singt. Das ist einfach eine gute Hook. Wir marschieren bei dir ein und schlagen alles rein. Deine Freundin will gefickt, wir hatten noch keine Zeit. Denn die Puppe wird anscheinend in ihrem Puff ausgefickt. Das ist Zensory, der letzte, der die Hooks niemals singt. Wir marschieren bei dir ein und schlagen alles rein. Oh man, auch sehr, er kommt sehr sympathisch rüber so. Er kommt irgendwie sympathisch rüber, während der sitzt, Oberkörper frei. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber er kommt so sympathisch rüber. Ich würde ihn gerne mal besuchen. Einfach ein bisschen Schwarzhals. Der Puppe wird anscheinend in ihrem Puff ausgefickt. Das ist Zensory, der letzte, der die Hooks niemals singt. Ein bisschen Yu-Gi-Oh spielen, ein bisschen Lego bauen vielleicht mit ihm. Hätte ich Spaß dran. Digga, aber Real Talk Zensory, mein geiler Typ. Sehr nice, Alter. Ihr habt nicht zu viel versprochen. Der ging ja, der ging ja richtig ab, Alter. Holy fuck, der geht wirklich. Der hat Bock, das merkt man auch. Der hat Bock, der hat Talent. Der, und der wirkt so ein bisschen wie ein junger, wie ein junger Kapital. Wie ein junger, besserer Kapital. Kapi zu früheren Zeiten so. Kuckoo-Zeiten. Äh, Rapper-Mittwoch-Zeiten. Da, egal. Fast, was, ich will nicht sagen, unschlagbar, aber der ist auch krass abgegangen. Der hatte auch Hunger und diesen Spirit. Und den verkörpert er so ein bisschen, finde ich. Nice, Mann, Alter. Holy fuck. Da bin ich sehr gespannt drauf. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich meine, natürlich, wenn man das jetzt vergleicht, so gegen das Girl mit der Gitarre von eben und dann der, die wird natürlich zerrissen, so. Das tut mir jetzt schon leid im Herzen, dass die zerrissen wird. Deswegen hoffe ich, dass die sich durchsetzen kann, Alter. Ach nee, Alter, schau euch mal vor. Die wird zerrissen, Alter. Die Arme. Das will ich gar nicht, Alter. Oh Mann, Alter. Oh Mann. Ähm, vor dem können wir uns mehr geben, Alter. Sensorine. Der war not bad. Sensorine.